Boah, wer hat von euch schon mit oder gegen den Vinicius gespielt? Ich sag euch ehrlich, klassische Vinicius-Karte, ich spiel's ich fand den so schlecht, ne? Ich hab gegen den zweimal in der Quali gespielt, es war so schön, Junge. Ich weiß nicht warum, aber 99% aller Vinicius-Karten in FIFA sind so scheiße, ne? Der hat halt 97 Tempo, 395 Dribbling, aber kann weder schießen noch passen. Seine FIFA-Karten, da wird er immer geisteskrank geknallt. Scheiße, jetzt wo ich so groß geredet hab, müsste er mir eigentlich gleich ein Tor drücken, oder? Oh, Vinicius. Ah, nein! 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 Es war so klar! Ich hab einmal nicht aufgepasst. Oh Mann, krieg ich den Verdien gedrückt.